So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Novus. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was ich letztes Mal gemacht habe. Die Folge ist nämlich jetzt schon zwei Tage Aufnahme her. Aber das macht nichts. Wir gehen auf den Server und schauen, dass wir heute das Beste hinbekommen. Dass wir ein bisschen produktiv sind. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall meinen Reaktor wieder einschalten, weil der könnte jetzt durchaus wieder leer sein. Wobei halt nur die Verfünffachung läuft. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob der leer ist. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Gut. Ja, ich bin gespannt, was sich denn jetzt tut. Ich wollte in Zukunft, genau, was ich weiß, ich wollte in Zukunft jetzt mit mehr Leuten aufnehmen. Und ich habe mich da auch schon mit dem zusammengeschrieben. Das muss ich dann im Endeffekt noch abklären. Aber, ja, genau. Ach, Brian Tower wollte ich noch fertig machen. Genau, das wollte ich noch fertig machen, bevor ich überhaupt irgendwas in die Rechnung mache. Und ich will mal ganz kurz checken hier. Das ist voll. Das ist auch wieder voll. Das heißt, der Reaktor läuft schon nicht mehr. Alright, Reaktor. Wie sieht es mit der Energie hier aus? Die ist noch ganz gut dabei. Eigentlich könnten wir da jetzt wieder mehr einfüllen. Also die Energie halt voller machen und dann den Reaktor nochmal anschmeißen. Könnten wir machen. Ich weiß nicht, ob ich es machen möchte. I don't know. Ähm, ME-System. Schauen wir mal, was da passiert ist. Zwei Tage weiter vergangen. Eisen ist keins dazugekommen, aber das Osmium und das Tin haben sich erhöht. Äh, und genauso das Gold. Ist die für Fünffachung fertig? Ich glaube, sie ist fertig. Das ist crazy. Wenn die fertig ist. Schauen wir mal. Ne, die läuft noch. Aber was ist noch drin? Tin. Aber es ist nicht mehr so viel. Doch, es ist immer noch eine Vollkiste. Okay, gut. Also braucht die noch. Alright. Und es hängt auch nirgends. Das heißt, das Ding arbeitet gerade auch einfach weiter. Okay, ich dachte, vielleicht hängt das irgendwo. Dass es jetzt ein bisschen braucht. Aber, nee, alles cool. Und ich glaube, ich habe letztens... Ich habe zuletzt gestreamt. Nein, ich habe zuletzt eine Folge gebracht. Glaube ich. Ich habe das Ding da verschoben. Habe ich zuletzt gestreamt? Doch, ich habe zuletzt gestreamt, glaube ich, wo ich das hier aufgebaut habe. Habe ich das in keiner Folge gemacht? Habe ich das in einer Folge gemacht? Ich weiß einfach gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wieso ich nichts mehr weiß. Irgendwas ist passiert. Okay. Ich wollte auf jeden Fall die Dinger hier... Genau, die habe ich Autocraften lassen. Die Evaporation-Dinger. Und die kann ich jetzt mal benutzen, um... Das Zeug zu befüllen hier. Also, um die ganzen Tower fertig zu bauen. Da haben wir ja noch ein bisschen was to do. Und dann schauen wir mal, dass wir das hinbekommen hier. In der Folge heute. Das ist so das Goal mal. Dann haben wir alle Brine Tower, die wir brauchen. Beziehungsweise brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber, ja. Dann können wir die Verflünffachung nochmal ein bisschen ausbauen. Also, spiele ich mehr von den Geräten, die halt Brine brauchen. Dann haben wir noch mehr Gas. Dann haben wir mehr Power. Mehr Power ist mehr Produktivität. Ihr wisst Bescheid. Das sollte nicht so passieren. Ich hasse das, wenn das passiert. Das passiert so oft in letzter Zeit irgendwie. So. Macht nichts. Wir kriegen das schon hin. Schauen wir das einfach, was die Brine Tower fertig bekommen. Das ist mal das Goal. Das kann man sich setzen, dieses Ziel. Das denke ich mal ganz fair. So. Hier muss ich auch noch fertig bauen. Ich glaube, hier bin ich ja letztes Mal stehen geblieben. Tatsächlich. So. Und da oben müssen dann jetzt die Blöcke einzeln drauf. Ich hoffe, dass halt die Blöcke, die ich jetzt habe, auch reichen. Wir werden es mal sehen, denke ich. Bin gespannt auf jeden Fall. So. Okay. Hier fehlt nur noch der hier. Dann haben wir beim E-System alles schon mal fertig. Beim E-Raum. Und ich muss unten auch noch ein paar Geräte beim Auto-Crafting anschließen. Aber das hat eigentlich nicht die höchste Priorität. Das Gel-Lit-Krioteum will ich zum Beispiel Auto-Craften. Aber das können wir auch außerhalb einer Folge machen. Also in dem Stream zum Beispiel. I don't know. Werden wir ja sehen. Das soll nicht so sein. So soll das sein. Genau. Perfekt. Komm. Oh, jetzt hat das richtig blöd da das Ding genommen. Habt ihr das gesehen gerade? Oh Gott. Was tust du hier? Brian Tower. Was tust du hier? Aber seht ihr das hier? Das ist richtig blöd hier jetzt. Weil da fehlt jetzt ein Teil. Oh Mann. Okay. Warte mal. Ringen wir schon hin. Schnell hoch damit. Okay. Es ist auch nacht. Ich würde dann gleich mal schlafen gehen. Einfach wegen den Monstern. Weil ich da nicht wirklich Bock drauf hab, dass es jetzt irgendwo ein Creeper kommt und irgendwas wegsprengt, was ich gar nicht hier aufbaue. Das wäre asozial. So. Okay, das waren jetzt zwei Tower. Und ich glaube, ich hab noch circa die Hälfte der Blöcke, die ich vorher hatte. Also das ist ganz schön teuer, das Zeug. Aber das ist ja nichts Neues. Das wissen wir schon. Was ist hier eigentlich? Weiß man nicht. Alright. Und ich muss jetzt sogar immer schon... Kleines Geschenk, liebe Grüße, Zinus. Oh, Zinus. Super süß von dir. Die Kiste ist auch leer, ne? 64k Zelle. Das ist ja süß. Das ist ja süß, wenn ich denke, was wir letzte Folge gecraftet haben. Mit der 128k Zelle hier. What do we see here? Ei, ei, ei. Hier noch ein paar Items drin. Ein paar sehr viele Items. Aber ich nehme die natürlich auch gerne trotzdem. Ich muss das Zeug hier sowieso befüllen. Also danke dir, Zinus. Vielmals. So, alright. Wir gehen jetzt dann kurz pennen. Ich weiß nicht. Ich muss immer noch nachdenken, was ich machen wollte. Also ich wollte auf jeden Fall hier was schöneren. Aber da habe ich alle auch gefragt, was ihr da schöner findet und sowas. Und da habe ich noch nicht alles gecheckt so. Ob ihr was geschrieben habt, was Sinnvolles und alles. Keine Ahnung. Ob ihr irgendjemand was gesendet habt. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall wieder Novus Ball streamen. Aber den nächsten Stream werde ich noch vernünftig in der Folge ankündigen. Nur damit ihr schon wieder Bescheid wisst. Unter der Woche wird das passieren. Und ich habe geplant am Wochenende einen 24-Stunden-Stream zu machen. Also würde mich auch freuen, wenn ich da einige von euch sehe. 100%ig garantieren, dass der ist, kann ich immer noch nicht. Ich habe aber voll Bock drauf. Und das ist meistens ein gutes Zeichen dafür. Und generell, keine Ahnung. Ich habe auch schon ewig keinen mehr gemacht. Ich muss einfach immer wieder einen machen. Also das ist so das Ding. Deswegen wird der wahrscheinlich am Wochenende stattfinden. Genauer der Ankündigung, da wird es natürlich ein eigenes Video dafür geben. Also keine Sorge. Ihr werdet das schon nicht verpassen, wenn ihr hin und wieder einen. Mal meine Videos schaut. Was die meisten, die wir hier noch schauen, sowieso tun. Also wir sehen uns dann dort hoffentlich in diesem Ancundi-Vox-Video wieder. Okay. So machen wir den hier auch noch fertig. Ich glaube dann habe ich, wenn das überhaupt reicht dafür. Aber langsam aber sicher geht mir das Zeug aus. Mal schauen wie lange das noch hält. Ich bin gespannt. So. Jetzt kommt das mal hier hoch. Und noch einmal. So und jetzt die restlichen Dinger. Das können wir jetzt in einem machen. Und trip. Okay. Das heißt, uns fehlen noch einer. Ja. Einer noch. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt ca. noch mal. Sagen wir noch mal 300 Blöcke. Das sollte reichen. 300 Blöcke sollte in der Richtung reichen. Ich denke, das passt. 300 Blöcke machen wir. Dann ist gut. Dann ist alles gut. Das heißt, wir gehen hier hin. Machen diese Solar Vaporation Blocks. Sagen wir 300 Stück einfach. Und go kannst du craften. Und was ich auch machen möchte. Ich möchte das Ding gerne aufrüsten wieder. Die Zelle. Weil dann kann ich noch mehr ran tun. Und dann mache ich mal kurz eine Ultimate Induction Cell. Oder beziehungsweise ich mache gleich irgendwie. Warte mal. Wie viel brauche ich für. Ich brauche jetzt drei eigentlich. Kann ich drei Auto craften? Ja, ne? Das ist halt fucking teuer. 4.000 Gold. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. 4.000 Gold. Ja, okay. Ich habe 19.000 Gold. Aber 4.000 ist trotzdem. Ist eine Hausnummer. Muss man sagen. Also. Für das Teil braucht er 16 Minuten. Wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Was ist hier drüben? Du brauchst 5 Minuten für die ganzen Dinger. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Aber holy shit. Damn, son. Das ist teuer. Okay. Das heißt, wir müssen das Ding hier sowieso auch noch ausbauen. Und da werde ich das Ding hier hinten auch weg machen. Weil euch das ja eh so stört. Also das hier praktisch. Äh. Weg machen. Sodass das halt direkt am Tesseract steht dann. Das heißt, ich wollte mir kurz noch ein paar Casings. Damit ich das schon mal ausbauen kann. Das tut ja niemandem weh. Ich will da noch drei weitere Stück rein tun. Also muss ich es noch ein bisschen größer machen. Sowieso generell. Ich glaube, ich habe da eh noch ein paar Casings, oder? Ja, ich habe noch ein paar. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, dass die sogar reichen. Um das ganze Ding auf die Größe zu ziehen. Wie ich es haben möchte. Und zwar machen wir einen Platz nach vorne mehr. Und halt ein bisschen was nach hinten. So. Alright. Das hier kommt auch weg. So. Dass halt hier nochmal Platz für zwei Stück ist. So. Da muss die Fackel leider wieder dran glauben. Die geht immer drauf. Die arme Fackel. Immer wenn ich irgendwas machen möchte. Was ist das eigentlich? Achso, der Port. Okay. Ich denke mir gerade. Hä? Was ist das? Wo kommt das her? Alright. Haben wir das? So. Und jetzt hinten dasselbe nochmal. Machen wir die zwei Dinge wieder weg. Wenn wir da halt wieder den Platz haben. Ich muss es ja dann wieder aufmachen sowieso. Also. So ist das halt. So. Ups. Der war zu viel. Und dann stellen wir den wieder da hin. Den muss ich jetzt aber umkonfigurieren. Warte mal. Der steckt Tetherac kurz weg. Äh. Configurator brauche ich glaube ich dafür. Ja genau. So. Perfekt. So. Und der ist immer noch richtig eingestellt. Hoffe ich mal. Send only. Perfekt. So. Hier können wir noch zumachen. Und dann müssen wir das Ding halt noch innen befüllen später. Also. Jetzt dann gleich. Wenn wir das ganze Zeug haben. Was wir dafür brauchen. Die zwei Teile tue ich kurz nach oben. Das sieht glaube ich ein bisschen besser aus. Und das ist dann unser fetter fetter Energiespeicher. Also momentan halt noch 272 Gigaf. Es passen vier und drei. Und später. Also wenn ich das jetzt fertig habe. Dann passt dort ein Tera F ran. Ein Tera F ist halt crazy. Also das können wir dann spätestens nächste Folge machen. Denke ich mal. Und dann kommen wir da eigentlich schon ganz gut voran. Und was ich jetzt noch machen werde. Während das ganze Zeug hier auto-craftet. Ich werde mich dem Jell-Kryotheum-Auto-Crafting weiter widmen. Das will ich auch noch haben nämlich. So. Das heißt aber Kryotheum-Dust. Schauen wir mal ganz kurz. Was ich dafür jetzt alles noch brauche. Also. Nita habe ich. Snowball habe ich. Redstone habe ich. Blizzpowder. Blizzpowder kann ich nur irgendwie anders herstellen. Und zwar muss ich da im Fluid-Transposer. Ein Schneeball mit Redstone ballern. Das heißt ich nehme mal ganz kurz Redstone mit. So. Ich muss das halt komplett automatisch irgendwann machen. Aber ich will das jetzt erstmal ein paar Dinge herstellen dafür. Komplett automatisch kommt noch. So. Und dann müssen wir hier. Irgendwo haben wir noch Schnee. Genau. So. Ist das hier der Fluid-Transposer? Ne das macht man kurz über. Aber da muss das Redstone sowieso rein. Damit das hier rüberkommt. So. Dann kann ich das Zeug jetzt. Da muss ich jetzt runter gehen für. Den Schnee. Den kann man nämlich in die Enrichment Chamber glaube ich tun. Oder? Ist das Enrichment Chamber? Extractor. Compressor. Magma Cruiser. Was? Nein. 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 Wo ist denn das? Im Crusher sind es vier. In der Enrichment Chamber sind es glaube ich mehr. In der Enrichment Chamber sind es glaube ich sechs Stück oder so. Keine Ahnung. Von mir aus. Nein. Blödsinn. Es ist immer vier. Es ist immer vier. Ich erinnere mich schon. Es ist immer vier. Nur der entscheidende Unterschied ist halt, dass ich, wenn ich es hier drin mache. Ich glaube in die Enrichment Chamber muss ich es tun. Ah hier ist gerade Redstone drin. Das ist natürlich ärgerlich. Was passiert? In den Crusher kann ich es nicht reingeben. Okay. Dann machen wir es im Pulverweiser. Ganz klassisch. Das geht nicht. Oh. Das ist nicht gut. Ich kann es aber drüben reinpacken. Pass auf. Also in der, bei der Fünffachung. Da habe ich auch einen Enrichment Chamber. Beziehungsweise eine Enriching Factory ist es dort ja. Da haben auch viele geschrieben. Ich soll die, die Dinger beim Autocrafting verbessern. Aber ich würde mir eher denken, dass es sich mehr lohnen würde, wenn ich mehrere Dinger dort mache. Anstatt die zu verbessern. Also meiner Meinung nach. Okay, das Ding kann da nicht rein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Muss es in die Crushing Factory, ne? Das geht auch nicht. Hä? Aber ich muss doch den Schnee. Warte mal, was? Im Extractor wird es zu viel. Im Compressor wird es zu Eis. Ich mag mal Crucible zu Wasser. Electric Crusher. Ja, könnte ich ja gar nicht so einen Electric Crusher mal bauen, oder? Was kostet denn der Electric Crusher? Oder wer hat denn sowas? So ein Nuclear Craft. Holy shit. Warum ist das alles so complicated? Nein, pass auf. Dann mache ich das einfach so. Das mache ich dann mal anders. Und dann gehe ich jetzt einfach hier hin und sage dem mal, hör mal auf den hier zu produzieren. Machen wir lieber die Schneebälle. Weil dann kann ich das schon mal machen. Weil die Schneebälle muss ich ja dann im Endeffekt nur hier reinballern. Und dann kriege ich ja schon das Kryotheriumzeug raus. Die werden da eh auf Hochtouren produziert. Also so ist das nicht. Als ob das ein Problem darstellen würde. Und dann kann ich eigentlich schon den Kryotherium-Tast machen für das Kabel. Which is nice. So, und das muss man halt nur automatisieren dann im Endeffekt. Das Problem ist halt, warum ich im Endeffekt die Blöcke überhaupt gemacht habe. Der Grund dafür ist, dass man die Schneebälle nicht höher als 16 stecken kann. Das fuckt halt ein bisschen ab. Naja. So, nehmen wir die noch mit. Und vielleicht baue ich den Electric Crusher trotzdem mit. Ich muss mir jetzt angewöhnen, dass ich auf einmal hier runtergehe. Drüben darf ich nicht mehr runter. Und die Bryant Tower muss ich alle noch einschalten. Aber da warte ich noch, bis ich alle habe. Und die Smaidry muss ich auch noch ausbauen. So much to do. Also mir wird es so schnell noch nicht langweilig in dem Projekt, muss ich sagen. Electric Crusher, machen wir den mal. Brauchen wir nicht die Iron Plates, da gibt es bessere. Nein, auch nicht die. Ich glaube, die sind es. Ja, genau, die sind es. So, also wir machen kurz ein paar Eisenblöcke. So, alright. Zack. Haben wir genug Iron Plates, jetzt gehen wir hier ran. Machen wir das Zeug. So. So. Und so, Electric Crusher, da steht er. Perfekt. Gut, den würde ich dann oben auch noch anschließen, eben hätte ich gesagt. Also einfach oben ans Energienetz hängen, weil hier oben halt alle Geräte stehen, die halt noch keine Verwendung unten haben für Sorte Kraft und so. Nein, 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 das soll sich ja kein Schnee mehr ran tun. Soll ich das dann machen, genau. Keine Ahnung, wofür das ist, wahrscheinlich Speed Upgrade oder so. Aber ich lasse es einfach mal so durchlaufen, das soll schon passen für das Erste. Und dich stelle ich wieder um. Soll ich mir bitte wieder Schneeblöcke produzieren jetzt? Wo ich jetzt, wo es jetzt passt so. Tu dir die direkt da rein? Nein. Warte mal, wie ist denn die eingestellt? Doch, tu da. Wenn er Platz hat, tu dir die direkt da rein. Das ist nice. Alright, aber ich glaube bei 16 wird sich das auch wieder rausdecken. Egal, wir haben dann eh auch genug Schnee. Das Erste passt schon. So, da haben wir das Bliss Powder. Wir können nochmal ein bisschen nachlegen, aber... Also da kommen wir schon auf ein bisschen Kryotheum Dust. Wie funktionieren das dann weiter? Schauen wir mal. Kryotheum. Da habe ich ja dann das Zeug hier. Das kann ich mir jetzt schon leisten. Dafür habe ich alles. Und was mache ich dann damit? Das muss ich dann... Wie mache ich das zu dem Kryotheum Zeug? Ins Magma Crucible. Und wie macht man die Kryoflux Cable? Schauen wir mal. Da muss ich Kryotheum reinfüllen. 500 Millibuckets. Okay. Und ein so ein Teil kostet Elektrum. Okay, und da muss ich so ein Teil... Das heißt, ich muss eine Menge Elektrum herstellen. Okay. Elektrum mache ich ja aus Silber und Gold. Das sollte kein Problem sein. Elektrum kriegen wir hergestellt. Schauen wir mal kurz runter. Ähm, dass wir ein bisschen Elektrum machen. Das kriegen wir die Folge vielleicht sogar noch hin. Ich hoffe es halt mal. So. Elektrum. Vielleicht können wir das irgendwie direkt craften. Das wäre halt echt cool. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, wir haben jetzt auch ein Massive Engineering drin. Fällt mir gerade so auf. Hm. Aber das ist erstmal egal. Ich nehme es einfach rauf mit dem Induction Smelter. Geht das mit dem Induction Smelter? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß es gar nicht. So, da haben wir das normale Elektrum. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, im Induction Smelter ist Silber und Gold Dust. So. Wir haben ein bisschen Gold Dust. Und wir haben noch Silber Dust. Nein, haben wir nicht. Silber. Pulverized Silber haben wir. Ich glaube dafür habe ich keine Vorlage gemacht beim Autocrafting. Deswegen muss ich das ganz kurz manuell reinlegen. So. Und zwar auch wieder hier in den Pulverizer einfach. Das passt schon. Dann haben wir da wieder ein bisschen was. So. Auch nach oben. Acht Elektrum können wir halt schon mal herstellen. Ich glaube das reicht sogar fürs meiste was wir craften müssen. Also klar, ich brauche da mehr Kabel, weil die halt echt teuer sind. Aber es läuft halt schon mal dann. Das ist halt das was zählt. Der Wille zählt. So. Das ist fertig. Da brauche ich mehr Redstone jetzt. Okay, das heißt ein Stack Redstone ist ein halber Stack Bliss Powder. Ich brauche aber sowieso noch mehr, weil ich ja das andere Zeug, das Elektrum Flux dukt, auch damit empowern muss. Also brauche ich sowieso noch was. Das heißt, FPS technisch geht es übrigens gerade wieder viel besser. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Weil ich hätte da Kommentare gelesen unter irgendeiner der letzten Folgen. Was ich sehr lieb fand übrigens, dass ich gesorgt wurde um die FPS. So. Warte, wenn der Proverizer das macht, dann müsste das Silveria direkt ankommen, ne? Ja genau, perfekt. So, dann gehen wir kurz rauf. Ah, da kann ich nicht rauf. Das ist ja Blödsinn. Muss hier rauf. So. Alright. Das hier ist schon fertig. Dann legen wir nochmal ein bisschen was nach. Dasselbe gilt dann für hier. Hier legen wir auch noch ein bisschen was nach. Ins Magma Crucible. Da können wir dann nochmal einen halben Stack von dem Zeug machen. So. Dann haben wir davon einen Stack. Das reicht dann erstmal für den kompletten Anfang. Für alles. Dann schauen wir jetzt nochmal, was wir dafür brauchen. Cryo Stabilized Flux dukt Empty. Also das müssen wir erstmal craften. Dann brauchen wir Harden Glass. Davon habe ich glaube ich noch was. Dann halt vier Elektrum pro Stück. Und dann halt noch das Redstone Energy Flux dukt. Das ist auch wieder Harden. Okay, dann mache ich das einmal. Dann kann ich sechs Kabel herstellen. Das sollte passen. Machen wir das mal einfach so. Probieren wir es mal aus. Es klappt. Also sechs Kabel sollte ich herstellen können. Bin ich gespannt jetzt. Bin ich gespannt. So. Cryo Stabilized Flux dukt. Da ist es. So, dann machen wir das Zeug hier als erstes. Alright. Und dann brauche ich halt jetzt das Gefüllte. Das heißt, jetzt muss ich eh wieder nach oben. Höh, Sad Face. Naja, kann man nichts machen. Wird schon hinan. So. Okay, der produziert noch. Wenn der hier fertig ist dann. Also wenn die hier gerade fertig sind. Dann mache ich kurz das andere ran. Und ich glaube ich gehe in der Zwischenzeit kurz schlafen. Weil das dauert eh noch kurz. Und dann kann ich auch gleich mal nach den Solar Vaporation Blocks gucken. Der macht gerade noch das Refined Iron. Ja, das dauert halt am längsten. Ich hätte ihm halt auch sagen können, er kann das Steel nehmen. Also dass er zuerst das Steel verbrennt. Bevor er das Refined Iron craften muss. Aber ich habe lieber den Puffer, glaube ich. Weil beim Autocrafting hast du ein. Ein kruziales Problem, kann man sagen. Wie sagt man das eigentlich? Ein crucial Problem. Keine Ahnung. Gibt es dafür eine direkte Wortübersetzung? Äh, eine direkte Wortübersetzung? Ich glaube nicht. Egal. Auf jeden Fall. Das Problem dabei ist halt. Oh, guck mal. Das geht echt schnell. Die anderen Dinge muss ich aber auch noch nachlegen. Wenn ich kein Rätsel verschwenden will. Also die hier. Kann man aber machen. Ist ja kein Problem. Äh, das große Problem im Autocrafting ist halt einfach, dass alle Ressourcen aufgebraucht werden. Die du eingibst. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich autocraft jetzt 100 Aloys. Ähm, weil ich die für das brauche. Die werden dann nämlich für das verbraucht. Das ist das Problem dabei. Ähm, ja. Da ist das Problem. So, jetzt können wir mal das leere Kabel craften praktisch. Das ist ja kein Problem. Jetzt muss ich mal ganz kurz das Kryotheum machen. So, Kryotheum Dust. Alright. 56 Stück. Das ist schon mal eine Hausnummer, hätte ich gesagt. Dann machen wir jetzt das hier. Ich glaube, dafür habe ich auch... Ich habe kein Harden Glass mehr. Also, ob ich kein Harden Glass mehr habe. Was ist denn los? Was brauche ich für das Harden Glass? Das Harden Glass ist Obsidian und Lead, ne? Okay. Obsidian Dust habe ich noch und Lead glaube ich habe ich auch noch. Ne, habe ich nicht. Okay. Aber ich kann ja auch Lead Ingalls reingeben, glaube ich. Das sollte nicht das Problem sein. Schauen wir mal nach. Bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir werden es eigentlich mal gleich herausfinden. Ja, es geht sehr gut. Okay. Auf der anderen Seite ist das jetzt hier auch fertig. Das heißt, wir können da jetzt das Kryotheum schon mal reinballern. Wir brauchen 500 pro Stück. Das heißt, 3000 brauchen wir. Und ich glaube, eines wird halt 1000 machen. Also, Quatsch. Eines wird nicht 1000, sondern 100 machen. Mal schauen, ob es stimmt. Ich nehme mal halt das ganze Kryotheum mit. So. Dann schauen wir mal, wie viel wir da jetzt reinkriegen. Das ist halt echt so, ich glaube, das wertvollste, beziehungsweise das komplette Endgame von Temple Foundation. So, schauen wir mal, wie viel eines macht. 250. Okay, ich brauche 3000. Das heißt, das hier ist dann 1000, 2750. Das heißt, die Dinge kommen rein. Das hebe ich noch auf. Ich will ja nichts verschwenden. Wie gesagt, das Zeug ist wertvoll. Dann haben wir unsere 6 Alaskanischen Stierwürmer. Wer kennt die noch aus Marc? Die Alaskanischen Stierwürmer. So, das haben Gläser, die gleich mitnehmen sollen. Das wäre natürlich jetzt eine blöde Aktion. Aber das haben wir ja gleich wieder. Ist ja kein Problem. So, 20 Stück soll doch dick reichen jetzt. Hoffe ich halt mal. Ich sollte, warte mal, eine Lautung nehme ich noch mit. So, jetzt passt's. Weil 6 mal 4 ist 24. Ich brauche noch mehr. Das reicht nicht. Doch, es reicht. Es reicht genau. Was rede ich denn? Es reicht ganz genau. So, ich muss hier hin. Ich muss mir das auch endlich mal anschreiben, damit ich weiß, wo ich immer hinfliegen muss, weil ich verfliege mich da gerade pausenlos. Was nicht so gut ist. So, 6 Stück. Easy. So, und jetzt befüllen wir die Dinger noch. Und dann können wir das noch an den Reaktor hängen. Wenn der Server-Lag zu Ende ist. Dankeschön. Das dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger. 500 braucht halt eins. Das heißt, 3000 sollte passen. Wenn 500 stimmt. Ja, tut's. Und das ist halt eben das Kabel, das einzige Kabel, was es, glaube ich, gibt überhaupt, in diesem Modpack zumindest, was keine Begrenzung beim Leiten von Strom hat. Das bedeutet, also die Kabel hier, die haben ja alle eine Begrenzung, die hier. Zumindest von dem, was halt drinnen ist. Das ist halt hier gerade erreicht. Und da kann halt nicht mehr als das auch transportiert werden, weil halt nicht mehr drin sein kann. Und die Kabel sind halt in jeglicher Hinsicht unendlich. Und deswegen werde ich halt die Kabel benutzen, um den Reaktor-Output in diese Zelle reinzumachen. Und das werde ich dann aufwerten. Und nächstes Mal werde ich dann DT-Fuel in den Reaktor schießen und nicht das andere Zeug. Glaube ich zumindest. Vielleicht mache ich DT-Fuel, vielleicht nicht. We will see, we will see. DT-Fuel ist auf jeden Fall crazy. Ich kann mich übrigens noch an dem linken orientieren, fällt mir gerade auf, an dem leeren Tank. Dann weiß ich, wo ich zum Missisten muss. So, das heißt, wir können das jetzt wegnehmen. Und setzen hier, statt diesen Kabeln, den Stierwurm ein. Der alleskanische Stierwurm ist wieder da. Ja, und damit haben wir halt jetzt den unlimitierten Input. Und nächstes Mal werden wir das dann befeuern, wie gesagt. Ich glaube, der Laser, der ist hier schon getankt. Genau. Das heißt, nächstes Mal schießen wir da einfach wieder rein. Und dann sehen wir mal, wie schnell sich das wirklich füllt, wenn der halt auf Max-Tempo läuft. Eventuell halt, wie gesagt, den Reaktor dann mit DT-Fuel füllen, dann geht es halt noch schneller. Wir werden es uns anschauen. Wir werden es uns anschauen, Freunde. So, gut. An der Stelle würde ich dann sagen, ich beende die Folge und loge mich aus. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir waren heute ziemlich produktiv, muss ich echt schon sagen. Und wenn ihr euch gefallen habt, lasst euch gerne Daumen hoch da. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Novos V3 und ciao.